F.S.V.S.T.A.R. Ja Marvin, deine ersten Elf. Mein erstes Spiel in einem Fußballstadion war mein Profidebüt in Bochum gewesen. Auf St. Pauli brennten immer die Lichter. Wenn ich studieren würde, wäre ich nicht so fleißig. Ein guter Innenverteidiger muss jeden Zweikampf gewinnen. Als Trainer würde ich meine Spieler hin und wieder mal gut und gerne leiden lassen. Geschenke macht man immer aus dem Herzen heraus. Mein heimliches Laster ist wenn mir jemand M&Ms mitbringt. Zu Fuß gehe ich selten. Im Mannschaftstraining bin ich oder gebe ich immer 100%. An einem freien Wochenende wird die Zeit entspannt genutzt. In Hamburg sagt man Hummel, Hummel, Maus, Maus. In diesem Sinne, vielen Dank. Norbert